Ja herzlich willkommen auf dem Kanal von Woterskeller hier zu Let's Play Minecraft Season Nummer 1 Und ja ihr habt gerade schon gesehen ich habe einen neuen Skinner damit zu tun, dass ich ein neues Skinpack habe Und ja ich kann ja jetzt hier mal durchgehen, wenn wir da so haben, ich habe mir hier dieses gegönnt Und ich glaube ich spiele einfach mal ein bisschen mit, äh, mit welchen spiele ich denn heute? Heute ist es am hartesten einfach nur der Oktopus Spielen wir einfach mal hier mit, gucken wir mal Äh, spielen wir heute einfach mit dem Baby Ghast Junge ich habe noch ein Leben, du Fisch So, ey Leute also eigentlich würde ich mal gerne wieder in den Nähter gehen, irgendwie Ich habe Bock auf ne, äh, na wie viele, ähm, äh, äpfel haben wir Nicht so viele Los, ich habe, ne, ich habe herausgefunden wie man Pferde fortpflanzen kann Alter, ich habe richtig erschrocken, Junge Alter, ich habe ne goldene Äpfel Fährlich, Alter Ey Luca, ah, wir machen das lieber mit goldenen Karotten Weil das ist glaube ich billiger, oder? Digga, okay warte, dann habe ich den richtigen Skin dafür Ey, Willy Wir können uns goldchen Ey, bring mal zwei Karotten mit, bitte Ey, bring mal zwei Karotten mit, bitte Okay, so Ändern wir wieder zu dem chilligen Baby Ghast Ah ja, ich wollte ja hier ne Leiter bauen So, okay, also, Maki, Maki, wollen wir jetzt auf Minendings da machen, was wir, äh, wo in Lores Haus da dieser Ausgang ist? Wollen wir einen Minenbesuch machen? Ja, warte noch kürzlich Ja, ich muss mich auch noch ausrüsten Willi, du kommst mit, oder? Wolltet ihr jetzt in den Nähter gehen? Ne, nicht in den Nähter In die Mine Willi Oder Klootwitzel wollt ihr jetzt schon machen? Ja, jetzt Willi, du kommst mit, oder? Äh, was soll ich dir geben? Wohin denn? Äh, in den, äh, in diese Mine, wo wir schon mal waren, weißt? Ah, da muss ich mich ausrüsten jetzt erst mal Nee, ich muss jetzt, äh, ich baue hier erstmal ne Leiter an und dann Ja, das dauert doch nicht so lange, oder? Okay, ich verzauber euch doch Nee, ich verzauber dich Doch, das dauert Wie macht man das denn? Hm Feierlich, okay Äh Warte mal Wie macht man das denn? Man würde mich mal gerne interessieren Oh, ich komm überhaupt nicht Ich verzauber euch noch Zwei Spitzacken, okay Braucht ihr doch Mal hier Ja, mach mal Mach mal, Lar So, Luca, ähm, können wir denn hier mal zur Zur Paarung? Zur Ringen Ja, okay, mach Tu, was du nicht Oh, Creeple in meinem Haus Was? Was? Junge Alter, ey, zum Glück ist der nicht explodiert, alter Junge, wo kommt der Spaß denn her? Ja, komm mal jetzt her oder troste ich nicht, du Kind Junge, du kannst jetzt so eine Schelle einfach Beim Stärke zwei Bogen kriegst du so eine Schelle Boom! 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 Alter, wenn der explodiert wird Ey, wer bauen eine, wer bauen eine Spitzacker? Äh, ich brauche noch, ja, ich bräuchte noch so eine Weg Eine geile Knut Bis dahin Ja, ich hab die denn jetzt Exzent 2 Steinspitze Oh! Fohlen sollt mir Loris, weil ich hab's da auch gefunden Oh, ein Brauner, nice! Und ich nehm das danach Ja, musst du dir neue machen Vater, ich geb dir kurz Nee, das geht nicht direkt, oder? Ja, weiß ich, aber ich geb dir das, was du dazu brauchst Du brauchst halt noch Karottenwarten So, voller Steinkartoffeln Einfach alles unnötig Ey, du Ex-Nut, bau die mal wieder zusammen, oder? Ja, Raylo Alter, wer lässt denn mein Pferd raus, welcher Homo? Man, ich hab dich schon Vögeln gebraucht, du Lappen So, hier rein Und jetzt hier wieder, ey, da war auch ne Tür, ihr Lachskinder, ne? Ja, weiß ich, chill doch mal Ah, ich hab noch ein bisschen Lehm, das ist auch immer schön So, was brauch ich denn? Ich muss auf jeden Fall noch essen Alter, Alter, diese Pferde sind ja so schwer zum Lenken zu blicken Nein Hey, Lor, bring dich mal zurück, hier, komm Nein In das Zeug noch Your Pferd, ah, ah, ah Was ist selber? Was ist meins? Opfer, Willy, Alter Meinst du's eigentlich auch nicht, aber ich mach's, weil ich keinen... Hey, Loris, du mal mitkuss Habt ihr schon Pferd, oder was? Ja, also meins ist das Braune, das da war Loris, machst du mir ein paar Spitzhacken? Geht das kleine Loris Warte, ich hab eine E4ZM2 Hey, Loris, wo sind die Ofenkartoffeln? Ey, Loris, wo sind die Ofenkartoffeln? Warte Äh, in der Truhe, in der Mitte Mann, ich will jetzt hier noch ein paar Wölfe haben, also ein paar Hunde Welcher Spaß Ja Kannst du nicht... Ne, von über kannst du keine nehmen Ey, wie kann man denn nochmal Pferde, ähm, dafür dir folgen? Konnte man das mit Weizen? Äh, ne mit einer Leine geht es glaub ich nur Hat wer eine Leine? Nja, die kann man sich craften mit Papier glaub... Ne, mit so einem Slime-Dings brauchst du dafür, aber das haben wir ja jetzt Ich konnte mir das nämlich nicht machen, deshalb Doch, ich Nein, wir haben keinen Pferde mehr Ich hab Slime, ihr Lachs-Gänder Ja, deshalb Jetzt, jetzt können wir's ja machen Hä, aber ihr könnt doch einfach auf dem Ding drauf reiten Wir haben das Software die Kolben benutzt Ja, ja, das kann auch sein Hä, wo ist denn Marge? Ist Marge in seinem Haus, ja Ich bin hier hinten Alter, was ist das denn für ein süßes Ding? Ja, vielleicht... Nicht mein Ja, das musst du mit Äpfeln füttern, sonst dauert das mega lang Das musst du mit Äpfeln so nach oben füttern, oder mit Weizen geht auch Mit Äpfeln oder Weizen Nee, nimm mal Weizen Ey, warte, ich hab Weizen Ja, gibt es den hier, gibt es den hier Oh, ist das süß Ja, ist das denn gleich Marx, oder? Ja, das ist Marx, ja Ja, so, du bleibt Ja, das ist eigentlich egal Aber gib dir immer richtig viel Weizen, dass es halt erwachsen wird Siehst du, das wächst jetzt so mega hart Alter, Moody To-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-da Okay, Marge jetzt setzt sich rauf Es ist... Es ist einfach groß Nui Nice, sehr gut Jetzt Sattel drauf, jetzt Inventar öffnen auf dem Pferd Warte mal, Inventar Warte mal, Inventar und so okay, wir werden schnell nach Hause, guck doch mal also, Knut hast du ein schnelles Pferd? es gibt ja schnell und langsame was ist meins? ja, ich habe ein schnelles Pferd was ist meins? ich habe meins kacke langsamer, also ich weiß, manche haben mehr Leben und sind dafür langsamer Willi, wie viel Leben haben deine? wie viel Leben hat deine? Willi, kannst du mir mal kurz helfen? ja hast du noch Dingsbums? ja, keine Ahnung, viel hattest 2 Herzen dann noch über der Lebensanzeige? hör mal kurz einen bitte hey, was? also 2, 4, 6, 8, 10 hey, meins hat 12 Leben, mein Pferd kannst du euch das Pferd ein bisschen nachlesen 1, 2, 4, 6, 8, 10 12, ja, 14 ja, okay, failig ja, okay, hey Leute, gehen wir dann jetzt los, Willi, Marki ja, wohin denn? nein, die Mine, da wo wir waren eine Sache wollte ich noch kurz machen da wo wir schon mal waren Trollwö was machst du denn? wer soll mein Pferd heißen? Luca, da liegt die Spitze vielen Dank ey, wie sieht man das? Luca, guck mal her was was? oh, warte, der war schlecht alter Junge knut ey, ja, mein Pferd ist ein richtig lahm, arschiges Ding, alter kann dein sprinten oder so? ja ne, also, ne weiß ich nicht wie man sprinten ja, ich auch nicht meins ist todeslangsam ist das Problem ok, Leute, kommt da jetzt mal Marge kann ich dich hier auch noch weiter füttern? knut, brauchst du noch Spitzhacken? ne, ich glaub du kannst nicht ne, gar nicht ja doch, bitte mach mir mal eine ja, ich mach, ich verzauber kurz zwei also mein Chat heißt Lachs nein, ich hab ein Level geil effizient ey, eigentlich wollten wir doch in dieser Folge jetzt losgehen und ein bisschen farm ja, chill doch mal, Mann mach ihn ne, Marge wo bist du? meine Fresse ach so, ja, ich brauch noch Kohle also, muss ich ja wohl mitkommen ja, deshalb ey, gehen wir schon mal vor, Uni ne, ich muss hier alles ablegen, was ich hier erstmal nicht brauche ok Diamantschwert brauche ich ja nicht ja, einfach ohne Schwert machen brauche ich eigentlich nicht nur verwissten wir jetzt bei deinem Pferd Schaufel brauche ich nicht bei meinem Pferd gut Blue Storm brauche ich nicht einmal brauche ich nicht Junge, viel Kacke ich dabei habe ja Effizienz 1 es geht es ist wie eine Eisenspitze Erde kann man gebrauchen danke Beizen leider brauche ich nicht leider brauche ich nicht so, ok Feil brauche ich nicht ja, wir gehen und bringen wir ganz viel aber wirklich Jungs diesmal ganze Köln das ganze Kohle ja, alles abbauen, Alter alles abbauen auf jeden Fall ey, ich brauche noch ein paar äh, ach so ich brauche noch Nahrung oh, spul ja, komm hier, ich habe Ofenkartoffeln wer nimmt denn so viel aus den Kisten wie viel Ofenkartoffeln ja, oder? ich habe nur 55 äh, Loris, du hast mir richtig viel gegeben aber noch nicht gebratene ja ja, ich habe ich habe irgendwie insgesamt schon äh, nicht sieben, acht Stecks insgesamt durchgegeben treif, bitte finish ne, ich musste mir noch richtig viel mitnehmen ok nicht, dass wir an Essen ach ne, man kann ja nicht an Essen verrecken haben ne, aber ich habe auch Essen dabei, also könnte mich ja noch fragen so, was brauche ich denn noch alles eigentlich nichts eigentlich können wir los von mir aus können wir los ja, warte, ne mal ein paar Mal ach so, ich brauche aber noch Erde oder so kann ich den Lohn nehmen kann ich den Lohn nehmen? hat jemand noch einen Steck Erde oder so Loris, willst du mir ein Abschiedsküchstchen geben, falls wir uns nie wiedersehen? g kiss dich, Alter, weg, ja ok, komm, Treff ey, ja, 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 komm, Marky eine Sache, wo ich noch kurz, ich mach mir noch kurz vergehen ah, stimmt, Erde ich bin vergiftet, Alter ein bisschen Erde ich bin immer ein rohes Schweinefleisch äh, äh ja, ach was haben wir hier noch Erde? ja, ist ja auch so, Loris ok, ja, stimmt ich brauche auch noch ein bisschen Erde zum hochbauen oder so falls was passiert ich brauche noch Fackeln ja, ja, Marky, ja, ja ach so, Fackeln brauche ich auch, aber die mache ich mir dann äh, wenn ich Kohle dann halt hab haben wir extra Sticks mitgenommen oh, ich brauche noch so viel, fällt mir grad mal auf, ne oh, traurig ja ähm, Plattenspieler wissen wie man den macht, weil dann würde ich mir sie ja, mach, mach, mach an Dorfplatz genau, der läuft am ja, genau alter, das ist geil warte ich guck nach ich guck nach ich guck nach ähm wo ist der denn, alter Plattenspieler zwei Platten bekommen Werkzeuge und Waffen Nahrung Rüstung Mechanismen äh, ist es so ein Notenblock? ne, oder? äh 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 hat jemand noch Stein oder so? ja, ne Jukebox, da braucht man, da braucht man Diamanten für ja, ist so easy oh ja, die kann werden werden und Holz äh, bei Dekoration Jukebox? nein, ist er äh äh weil ich hab hier nichts Stein ja ne, ich hab nichts drauf obwohl doch kannst du ey, kann ich mal mal drei Eisen schlafen ja mach, nimm, nimm ja, Luca, nimmst du äh, Holz wieder mit? iiiiih, ja, ich hab ein bisschen dabei, ja kannst du mir kurz einen Diamanten geben? ja, warte kurz, ich komme ähm ich muss an die Endertruhe kurz ja, ich muss kurz an die Endertruhe kurz ja, ich muss kurz an die Endertruhe äh, da braucht man noch Stein, ey ey, wir machen die da ja, hier unten ist ein bisschen Willy Willy, Willy, hier unten ist ein bisschen Stein wir machen die da in, zum Beispiel, wo der Verzauberungstisch stand nein, man, da kommt doch dann wieder der Verzauberungstisch hin ja, aber stell dir ein bisschen weiter weg ah, oder stell den, warte ich kann's nicht ausnehmen ich hab doch drei Stein was will der denn? nun kann ich jetzt keine Spitzeke machen warte jetzt hier hey, das ist der Stein ich hab' die Mucke rein, okay? ja ja, so Pflastersteine ja, hier ist perfekt, ja ja okay, warte, geh weg nice okay, warte so muss es sein du hast Mucke? hier, ich hab' Schallplatten ja, leg die aber dann hier am besten irgendwo in die Kiste man ist ja egal wir lassen alle Dauerschleife durchlaufen komm, Laura wer ist das denn? einfach reinhauen warte ja, kannst du cat hallo so, Bartz, Junge, Bartz ich hör' nichts, bist du los? na, ich hab' die glaub' ich eingesammelt cat ja, warte, ich brauch' die ja, Stein ich hab' eine ich hab' eine ich hab' eine warte 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 gib' mal her, Luca Luca, ich schnarr' mir mal von dir Kies Luca, gib' mal die Schallplatte Kies, 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 Kies Gibt' mal die Schallplatte man, die is, die hab' ich er legt einfach hier mal in die kiste ja mach hier rein ist hier bei der pilzkuh ich hab die da jetzt ich hab die jetzt durchgeschmissen hey loris kümmerst du dich mal wieder um nahrung du musst die ofenkartoffeln brennen und wie wärs eigentlich mal mit steaks oder so ne scheiß aber die frage ist wenn die musik aufhört wenn es aufhört musik in meinen ohren geil wenn es aufhört dann ploppt die doch so raus oder aber wenn keiner hier ist dann kann das eine ist die despaunt oder so oder ich weiß ich nicht ich bin mir nicht sicher ja dann machen wir die immer nur an wenn einer hier ist okay willi was ist denn jetzt alter kommst du jetzt mal ja ich komm okay wir haben wir alter wir haben vier wer hat wer ein paar level loris 12 ich hab zwölf nichts mehr luka kannst du mal meine diamatschwert kurz verzaubern auf das ist von nix nut ich keine ahnung vier zwei levels drei level vier levels nein luka luka warte ich hab'n schärfste ah ne ne man aber es ist eh bald am arsch das diamantschwert ich würde es jetzt auf level 1 ja dann halt nicht dann nein ich mach schon soll ich mir ein neues bauen nein 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 mach dir lieber ein eisenschwert mit level 1 du kannst es auch reparieren beim anbus also meine freunde wir werden jetzt kurz alle vorbereitungen treffen und in der nächsten folge werden wir dann wieder in die mine gehen und da halt so gut wie möglich alles aus rauben aber natürlich im positiven sinne bis dahin las konstruktive kritik der haut rein schau